Hallo ihr Lieben, Christian Schemeyer, Partner, Poet, bzw. Coach, Coach allgemein, ich bin Psychologe in Hamburg, Berlin in der Nähe von Murnau, was gibt es noch zu sagen, kommt noch rein in die Wohlfühl-Challenge, gibt auch noch dieses Bundle mit dem neuen Kurs, jenseits von Ego, Angst und Narzissmus, ansonsten findest du meine Arbeit rund um Beziehung, Bindungsangst, Verlustangst, Umprogrammierung des Beuteschemas und so weiter auf Liebeschipp.de. Und genau, schaut gerne mal ein neues Buch rein, danke nochmal auch an dieser Stelle, dass es vorgedrungen ist am Wochenende bis auf Platz 177 bei Amazon unter allen Büchern. Das ist schon ziemlich krass, ey, vielen Dank dafür. Ja, heute haben wir ein Thema rund um passive Bindungsangst und oder Golddigger, wie man das, glaube ich, so nennt, dieses Phänomen. Und wenn du mir auch solche Fragen stellen willst, dann kannst du das über ein Formular auf liebeschipp.de machen. So, hallo Christian, mich interessiert dein Feedback zur folgenden Story. Ich bin 49 und lebe seit dem letzten Jahr von meiner Frau getrennt. Vorher 20 Jahre Ehe, gemeinsames Haus, ein gemeinsames Kind, der Klassiker. Nach Trennung und Bezug einer kleinen Wohnung war ich plötzlich sehr allein, erschwerend kamen dann noch die Lockdown-Situationen hinzu. Also, ja, kommt mir alles sehr bekannt vor. Das ist halt echt nochmal ein Angang, ne, wenn man dann so in einer Midlife-Situation da so rausgekickt wird und oder sich rauskickt. Und dann noch im Lockdown, puh, ich bin dann damals schon Kitesurfen gegangen. Wann hört man jetzt auch, aber es ist noch zu kalt. Ah ja, das ist hart. Ich habe mich dann bei einem Dating-Portal angemeldet. Schaut mal, wenn es dann soweit ist oder auch jetzt schon bei soulmagic.de vorbei, könnt ihr euch schon mal für den Newsletter registrieren. Wir sind ja guter Hoffnung und auch überzeugt, dass das für uns ein bisschen anders wird. Ich will jetzt auch jetzt natürlich, wird es auch, also was wir da machen, auch eine Dating-Börse werden, ganz neu. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir da ein paar Sachen ein bisschen anders hinkriegen. Ähm, ja, ich will jetzt keine Wunderversprechen natürlich, aber wir schauen mal. Gut, ähm, äh, so, habe mich bei einem Partner-Soroboter angemeldet und bin nach kurzer Zeit dem Dating verfallen. Allerdings durchaus mit dem Wunsch nach einer längerfristigen, ernsthaften Beziehung. Das muss man sich jetzt mal kurz im Hinterkopf behalten, diesen Satz. Nach ein paar mehr oder weniger uninteressanten Treffen habe ich nach circa einem Monat eine Frau kennengelernt. Also wenn du nach, äh, 20 Jahren so auf den Dating-Markt geworfen wirst und du fängst an zu daten und du hast vielleicht nicht dich mal informiert oder mal einen Dating-Kurs gemacht, dann ist, äh, ein Monat gar nichts, ne. Dann, man tappt wirklich völlig im Dunkeln da und, äh, weiß noch gar nicht, worauf man gucken muss. Und das ist echt gar nichts, ne. Mit der es jedoch ernst wurde. Obwohl ich sehr früh merkte, dass die Sache eigentlich keine Zukunft hatte, wollte ich einfach alles mitnehmen, was geht und endlich wieder dieses Gefühl des Verliebtseins genießen. Ja, sehr menschlich. Also, ich habe da jetzt auch gar keine Bewertung zu. Ähm, es beißt sich nur, also erstmal ist es dieses, man sollte nicht hungrig einkaufen gehen. Ich meine, mach, was du machen willst da, aber hab nicht so hohe Erwartungen, wenn man so in so einer gewissen Neediness ist, was man natürlich häufig isst nach Trennung, ähm. Ja, kommt da auch nicht so viel dabei raus. Außer, dass man vielleicht interessante Erfahrungen macht oder auch mal Spaß hat, äh, aber, naja. Äh, aber es ist nicht das, was du suchst. Auf, weiß ich schon mal gleich hin, wenn du sagst, vielleicht musst du auch mal überlegen, was du wirklich suchst. Weil wenn du längerfristig ernsthafte Beziehung suchst, dann, wenn man dann merkt, das passt nicht, dann muss man einfach weiterziehen und das nicht, solche Sachen unnötig verlängern, weil du kannst nicht jemand Ernsthaftes kennenlernen. Das ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Und gleichzeitig noch, ähm, ja, irgendwas am Laufen haben, ne, nur damit ich verliebt fühle, so. Aber es ist überhaupt keine Bewertung, wenn du jetzt sagst, hey, ich will erstmal Fun haben. Aber das, dann musst du deine Ziele mal angucken, so, ne. Ja. Leider entwickelt sich das Ganze sehr schnell zu einer On-Off-Beziehung. Ja, On-Off heißt nicht kompatibel und beschert immer ein wahres Gefühlschaos, wie ich es in all den Ehejahren nie erlebt hatte. Ja, ich schreibe auch gerade so einen Artikel, findet ihr auch, äh, dann bestimmt im Netz bald, ähm, warum gibt es gerade so viele toxische Beziehungen? Interessante Frage. Äh, ist ja auch so ein bisschen, Ton-On-Off ist eigentlich immer so eine Art von Toxic, so. Äh, die Frau entpuppte sich sehr schnell als wählerisch und folgte einem strengen Beuteschema. Unter anderem nur Akademiker am besten noch mit bestimmten Berufen, ey. Ja, also, ist so, äh, dieses, äh, also es gibt es da draußen, vielleicht ist es eher für Männer, dieses Phänomen der Golddiggerin, die, ähm, ja, weicht auf andere Sachen aus ist, als, oder nicht, also auch bestimmte Erwartungen hat, äh, warum auch immer. Also auch dazu habe ich ehrlich gesagt keine Bewertung, weil ein bisschen haben wir das natürlich alle, ne, und vielleicht, äh, ist bei dir das Ego, das würde ich dir auch mal bei dir zu gucken, würde ich dich mal anregen, ist bei dir das Ego vielleicht genauso aktiv, dass du vielleicht auch auf, ähm, äußere oder Sachen da mehr Wert legst, als auf Kompatibilität irgendwie, macht die Frau dann halt auch, im Grunde genommen. Und, ähm, aber jetzt mal so, für die Männer sollte man echt vorsichtig sein, äh, weil das, ähm, ja, man kann so auch als, ähm, Quelle von materiellen Dingen, was wie gesagt erstmal völlig, mein Gott, das gehört auch dazu, früher war das vielleicht der Hauptmotor sogar, für Ehen und so, weiß ich nicht. Ähm, kann man auch schnell mal ausgetauscht werden, beziehungsweise hat man da jetzt eine wirklich loyale, liebevolle Frau, die einen sieht, ist die Frage. Ähm, ähm, äh, materielle Interessen spielen sicherlich auch eine Rolle, das macht ja offenbar zu schaffen, dass ich nicht diesen Status hatte und dementsprechend meine Wohn- und Demensituation nicht der ihrigen entsprach. Stichwort soziales Gefälle. Ja, auch das, auch da habe ich jetzt überhaupt keine Bewertung, aber viele Frauen mögen gern nach oben daten, mögen ungern nach unten daten, weil jetzt oben und unten auch wieder überhaupt keine Bewertung ist. Ähm, also ich habe in meinem Leben nicht festgestellt, also ich habe, ehrlich gesagt, also ich habe, was ich festgestellt habe, es gibt viele reiche Leute, die total nett sind, es gibt viele nicht reiche Leute, die gar nicht nett sind, es gibt Leute, die reich sind und die gar nicht nett sind, es gibt Leute, die nicht reich sind, die total nett sind, also das geht alles kreuz und quer und, ähm, naja, ups. Aber deswegen erstmal keine Bewertung und es geht ja auch bei, ähm, wenn ich sage, Frauen mögen gern nach oben daten, das könnte auch sein, sag ich immer wieder, ein Jazzmusiker, der vielleicht gar nicht viel verdient, aber einen coolen Status hat in der Jazz-Szene, das muss jetzt nicht, äh, das heißt jetzt nicht, was, ähm, was, ähm, materielles unbedingt so, ne, es kann auch Statussachen sein, Social Proof, wie man das gerne nennt und, aber es ist, wie es ist, also wir sollten uns auch anfreunden mit diesen Tendenzen in uns, so, äh, weil, und wir sollten nicht vorschnell sagen, nein, wir gucken nur auf die inneren Werte, ja, das ist, glaube ich, dann ist man auch nicht ganz ehrlich, so, ne, ähm, ähm, Es ist müßig, das weiter auszuführen. Fakt ist, dass sich wohl in einigen Punkten ihren Vorstellungen nicht entsprach, allerdings, äh, lief es im Bett ganz gut. So kam es dann häufiger zu innigen Versöhnungen, danach folgt schnell wieder ein Stimmungsabfall. Ja, ob das jetzt dieses On-Off jetzt wirklich daran liegt, dass diese Frau dieses Beuteschema hat, weiß ich nicht, es könnte auch an ihrem Bindungsmuster liegen, so, äh, könnte aber auch dran liegen, dass sie, äh, das vielleicht doch ein paar Sachen richtig macht und sie sich irgendwie angezogen fühlt, aber gleichzeitig dann immer wieder in Konflikt kommt mit dem, ja, ich wollte ja eigentlich Männer daten, die, äh, die nicht in Mars-Sonde bauen irgendwie und dann wirst du wieder in dem Moment wieder uninteressanter und, ja, kann schon sein. Ich konnte damit zunächst gar nichts anfangen, bin erst auf der Suche auf YouTube auf dieses Beziehungsmuster gestoßen. Er scheint mir so ein typisches Mischmaus aus On-Off, Toxisch und Bindungsangst zu sein. Ja, kann gut sein, ähm, ist aber jetzt vor so ein paar Dates wirklich schwer zu sagen, ob da jetzt jemand Bindungsangst hat, dass ihr jetzt vielleicht nicht in einer Beziehung habt, ein sicheres Bindungsmuster, ja, das kann man glaube ich sagen. Wobei ich im Folgenden mal mehr meine Problematiken in Forderungen drücken möchte. Das ist ja immer eine gute Idee. Äh, schon früher war es bei mir typisch, dass ich immer den Frauen hinterhergelaufen bin, die ich nur schwer für mich gewinnen konnte. Ja, das kennen bestimmt viele, auch viele Frauen. Ich habe es als Jagdtrieb verstanden und nichts weiter dabei gedacht. Ja, also auch da, äh, keine Bewertung von meiner Seite, äh, wenn nur, du musst überlegen, was du gerade willst, ne? Wenn du jetzt sagst, hey, ich war in einer langen Ehe, ich habe jetzt mal Bock, meinem Jagdtrieb, ähm, freien Raum zu geben, dann mach das, aber dann kommuniziere das auch klar irgendwie. Dann sag nicht, ich suche eine langfristige Beziehung. Ne, nur dann, dann, dann jagst du eben so, ne? Also ich habe da auch keine Bewertung, aber es ist das, was du willst. Das kannst nur du wissen. Ne, it's up to you. Ähm, bei Jagen muss man halt, das hört sich immer so nett an, muss man halt einem klar sein, dass man auch viele Dinge jagt, die man, die dann nicht so viel Spaß macht, die nach hinten losgehen, die einen Probleme schaffen. Ähm, wie viel Spaß hat man wirklich in diesen Jagd-Dating-Situationen? Äh, klar, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist, weiß ich nicht, 25 ist, äh, äh, super Dater, sieht gut aus und, ja, macht das bestimmt Spaß, äh, vielleicht macht es auch später im Leben Spaß, aber, wie viel, also man fällt manchmal auch auf diese Dopamin-Drogen-Geschichte rein, wie viele gute Momente gibt es da wirklich, so, ne? Ähm, oft ist es ja wirklich nur diese Verführungssituation und dann denkt man schon morgens im Bett, oh Mann, was habe ich da gemacht, man ist schon wieder vorbei und muss man halt überlegen, ob man mehr auf diesen kurzfristigen Dopamin-Dating, Dopamin-Rausch setzt, habe ich auch, ja, gerade einen Artikel zugeschrieben, da müsste eigentlich, fäßt er auch schon raus, ähm, mit, ähm, ähm, äh, Chemie des Verliebens, so, ja. Oder ob man eher auf, aber das muss jeder für sich selber anscheinend, ich bin jetzt auch nicht der Papst, der sagt, das darfst du nicht, ähm, ne, oder ob man eher auf, auf Oxytoxin setzt und Bindungshormone, oder was auch immer, jetzt jetzt nochmal auf so einer chemischen Ebene mal gesagt, musst du wissen. Was mich schon verwundert hat, dass ich die Frauen, die sich wirklich für mich interessierten, äh, alles für mich getan habe, als langweilig und uninteressant empfunden habe, ja, das ist halt dieser falsch programmierte Liebe-Chip, ne? Ähm, was soll man dazu sagen, das ist, ähm, das ist, wie es ist und it's up to you, also du bist ein, äh, freie Seele, freies Bewusstsein, du kannst entscheiden, was du möchtest, und, ähm, ja, man darf sich noch nicht beschweren, wenn man immer, äh, nach, also auf den Jagdtrieb setzt, dann kriegt man halt auch entsprechende Dating-Partner dafür, ne? Das ist halt so, ne? Und dann darf man, also man darf da nicht erwarten, dass man, äh, gleichzeitig jetzt Jagdtrieb und kriegt dann noch irgendwie eine super loyale, bindungssichere Ehefrau dazu, hm, nee, ne? Ja, das musst du wissen, äh, muss jeder für sich entscheiden, man sollte sich einfach nur in den Spiegel gucken und sich klar machen, was will ich jetzt hier eigentlich gerade irgendwie so und nicht dann die, äh, also, naja, egal. Ähm, was mich schon verwundert hat, achso, jetzt nachdem diese On-Off-Geschichte hoffentlich vorbei ist, so dumm es auch wäre, ich kann für nichts garantieren, falls sich nochmal meldet, hatte ich schon wieder die ersten neuen Kontakte, bin aber emotional noch nicht komplett frei. Ja, also, wenn du das jetzt so weitermachst, ähm, wird es wahrscheinlich genauso weitergehen, weil du bist jetzt wieder nicht frei, du datest weiter, das heißt, du kommst dann wieder von den Anziehungspunkten dann wahrscheinlich emotional nicht unbedingt verfügbare Frauen, die auch, auch einen Jagdtrieb haben, und, ja, da beschwere dich nicht, ne? Ähm, teilweise merken, dass die Frauen bei den Telefonaten und fragen nach, teilweise habe ich veraberte Treffen kurz vorher abgesagt, weil ich noch nicht in der Stimmung war. Was soll ich tun? Ja, also, ist natürlich jetzt von so einer Mail nicht mal schwer zu sagen, aber ich würde auf jeden Fall sonst nicht mal überlegen, was du willst, so, ne? Und dann, äh, bist ein erwachsener Mann, trifft eine erwachsene Entscheidung und macht das, so, ne? So, äh, einfach länger abwarten, bis die Erinnerung verblasst. Ja, also, offensichtlich warst du ja schon ein bisschen addicted zu dieser Frau und das sollte man vielleicht erst mal verarbeiten, ne? Vielleicht wäre auch Modul 0 und 1 was für dich. Ähm, ja. Ist vielleicht nicht so fair für die Frauen, die du erst kennenlernst, weil nothing beats the fantasy, ne? Haben wir lange nicht mehr gehabt, irgendwie. Ja, auch ein guter Spruch. Ein weiter, also, äh, die Geschichte zog sich gerade mal über zwei Monate hin. Ja, sei froh, dass es weniger als drei sind. Kann sich trotzdem längerfristig Auslegungen haben. Du kannst eine Woche hochtoxische Geschichte haben und da kennen Leute, die haben dann ein Jahr mit zu tun gehabt. Ich will jetzt keine Angst machen, aber, äh, ist auch da, ist ja auch wieder das, jetzt up to you, wie schnell du das jetzt verarbeitest. Wenn du natürlich ständig, ähm, ich mach jetzt mal Spaß, wenn du so ein Altar für diese Frau in deinem Schlafzimmer gestaltest und, äh, ihr Foto jeden Abend anguckst und, ähm, die alle, alle WhatsApp nochmal durchliest, dann, äh, wenn Menschen das machen, darf er sich nicht beschweren, wenn es lange dauert, so, ne? Ja. Aber sie ist ein bisschen mehr so als, so ein bisschen addicted Geschichte, als dass das jetzt so toll gewesen ist, so. So ist das, wenn man sich in solche dopaminreichen Geschichten verwickelt, so, ne? Ähm, so, ein weiterer Gedanke machen wir zu schaffen. Wenn ich mir manches Video anschaue, ich verdachte, dass ich ein Problem mit passiver Bindungsangst habe. Guter Gedanke. Genau. Selbst bei dieser Frau, die ich aktuell so verehre, wüsste ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn sie plötzlich da stand und zum Beispiel mir zusammenziehen wollte, mit allen möglichen finanziellen Verpflichtungen, die dann sicher auf mich zukämen. Ähm, ja, das ist, sollte, das ist eine richtig gute Gedankenübung sich mal vorstellen, wenn der, derjenige, dem er immer hinterherläuft, also da gibt es auch x Beispiele übrigens, ähm, dass Partner plötzlich das machen, was man, man läuft hinter jemandem hinterher, plötzlich machen die Menschen genau das, was man sich immer gewünscht hat und stellt dann fest, oh, das ist ja gar nicht so geil oder ist ja immer noch eine total anstrengende Person, auch wenn sie jetzt gemacht hat, was ich mir nicht mal gewünscht habe, ähm, so, und, ähm, stellt dann fest, ja, oh, ich bin meiner eigenen Fantasie auf den Leib gegangen und das passt ja gar nicht auf die Person und, ähm, tja, das kann ein harter Aufschlag sein, wirklich, kann ich euch sagen und dann ist natürlich die andere Person total, man, wieso, jetzt habe ich doch jetzt gemacht, was du wolltest, wieso bist du jetzt auf einmal, wieso gehst du denn jetzt auf Distanz und das könnt ihr auch mal gucken, gehe ich immer auf die gleiche Distanz, so, ne, also, wenn jemand wegläuft, laufe ich ihm hinterher, wenn jemand auf mich zuläuft, laufe ich weg, das ist auch häufig, dass man immer die gleiche Distanz hat, ja, ähm, früher hatte ich einiges Problem mit einer Fernbeziehung, als die Frau endlich soweit war, äh, habe ich die Reißleine gezogen und einen bereits gestellten, äh, Jobwechsel wieder rückgängig gemacht, ja, aber sag jetzt bitte nicht, also guckt es einfach bitte liebevoll an, das sage ich auch zu jedem von euch, guckt euch liebevoll eure Muster an, hackt nicht auf euch selber rum, hackt nicht auf anderen rum, einfach angucken und überlegen, was mache ich jetzt, so, ne, aber das sind schon gute, ähm, Gedanken, ne, absolut, äh, früher war ich auch mal verlobt mit einer Frau vom Polarkreis, ähm, wir hatten schon alle Papiere zusammen, dann habe ich irgendwie Panik bekommen, ob das gut geht und die Beziehung wieder beendet, also, okay, dass ich meine, diese arrangierten Geschichten, auch da, äh, mein Gott, ähm, auch da, also egal, ich weiß, es hört sich immer so schrecklich an, aber das machen erwachsene Menschen, ähm, auch da habe ich jetzt nicht wirklich eine, äh, ist keine Bewertung zu, wenn jemand, es gibt bestimmt Leute, die dabei glücklich werden, nur dabei hast du auch wieder dieses, deswegen ist gar nicht wieder, sind wir wieder beim Anfang, dieses Gold-Digger-Thema unter Umständen, so, ne, äh, sind die Erwartungen, dass diese Frau, die du, mit der du dann irgendwie eine arrangierte mehr oder weniger Geschichte hast und die dann vielleicht nach Deutschland kommt, dass, äh, die dann dich sieht und dich liebt, ist, ähm, natürlich auch, äh, russisches Roulette, würde ich mal fast sagen, oder Nordpolar-Roulette und, ähm, ja, aber es gibt bestimmt Sachen, wo das gut gegangen ist und, ähm, ich kann es auch manchmal verstehen, ähm, dass Männer sagen, äh, boah, ich finde es voll schwierig, ähm, eine Frau zu finden, die in ihrer Polarität ist, jetzt, also jetzt nicht, dass sie irgendwie untergeordnet wäre, sage ich nochmal, hab ich schon wieder Angst vor der Gender-Polizei, also nicht, dass, also absolut, ähm, stolze, selbstbewusste Frau natürlich, die aber trotzdem zu Männern manchmal schwer ist, so jemanden zu finden, also sich einfach wünschen, dass eine Frau mehr in ihrer Polarität ist und sie finden es aber nicht, so, und dann vielleicht manchmal denken, ob jetzt richtig oder falsch, dass vielleicht in anderen Ländern, ähm, Frauen vielleicht noch mehr in ihrer Polarität sind, interessanter Gedanke, so, ähm, und Polarität heißt jetzt nicht, dass die Frau in die Küche muss oder irgendwie sowas, gar nicht, sondern es geht einfach um ein energetischen, äh, ein energetisches Match auf eine allgemein-, also zwischen den universellen Energien, weiblich und männlich, so. Gut, haben wir das auch, ähm, so, auch die Beziehung mit der Frau, mit der ich so lange verheiratet war, wäre eigentlich ganz zu Anfang schon gescheitert, wenn sie nicht nach einem halben Jahr schwanger geworden wäre. Also ganz ehrlich, das geht ganz vielen Menschen so, macht ihr da jetzt keinen Stress, viele bleiben zusammen und ist auch gut so, glaube ich, ähm, weil sie plötzlich diese zusätzliche Bindung haben über ein Kind, das heißt überhaupt nicht, dass man ein Kind ansetzen sollte, um zusammenzubleiben, verstehe mich ja jetzt nicht falsch, aber, ja, natürlich hat man dann andere Motivationen, zusammenzubleiben und ist manchmal auch nicht schlecht, also gerade, wenn man so ein bisschen Bindungsangstthemen hat, wäre die nicht und, äh, ja, man zieht auch dann die Kinder gemeinsam groß und, ähm, ja, ist total in Ordnung und macht, also, ich glaube, das habe ich schon so oft gemacht, also, ähm, ja, das ist alles okay irgendwie und es ist auch manchmal gut, dann wirklich, ähm, nicht erst nach zehn Jahren Kinder zu kriegen und so, weil, also, das destabilisiert manchmal Beziehungen viel mehr, als wenn man relativ früh Kinder kriegt und, ja, das hat die Natur auch so eingerichtet, man vögelt sich halt um Verstand und dann wird halt irgendjemand schwanger und, ja, so, so soll es eigentlich sein, natürlich, wenn es dann noch anjermaßen passt, hat es ja scheinbar, ist doch alles gut, sei dankbar dafür und so weiter. Ja, vielleicht sehen wir uns ja auch auf meiner virtuellen Lesung, findest du auch auf libysche.de, 23. Mai und wir werden es mal wiedersehen. DYesend. D Yesend. D many, D Yesend. SING Air. Untertitelung des ZDF, 2020